Wir sind alle hoch erfreut, dass wir uns wieder in Präsenz treffen. Das zeigt, dass zum intellektuellen Austausch auch Empathie, Persönlichkeit und Nähe gehören. Ja, erstmal ist es total interessant und prima, dass wir die Vielfalt von Fraunhofer zeigen, welche Technologien, welche Lösungen, aber auch welche Systemlösungen Fraunhofer bieten kann. Am meisten wird uns das Thema Energie und Energiesicherheit beschäftigen, insbesondere für die Wirtschaft, aber auch bis hin zu den privaten Haushalten. Für Fraunhofer bedeutet das, dass wir auf die richtigen Technologien in der Vergangenheit gesetzt haben. Ein großer Schwerpunkt wird bei uns sein, nicht nur die Politik bei einem Mehr an Anlagen zu unterstützen, sondern bei einem höheren Wirkungsgrad, dass wir aus vorhandenen Anlagen auf vorhandenen Flächen deutlich mehr Energie zur Verfügung stellen können. Ailesel Nekrest Ailesel Nekrest Ailesel Nekrest Ailesel Nekrest Vielen Dank.